Sonderbar. Zu merkwürdig, oder? Thema Loslassen, oder? Lege deine Sorgen nieder. Ihr habt gerade eben so die Melodie dafür gehört. Ich habe ja von meinem Freund, den Seelsorger, gelernt, die Lügen der eigenen Seele aufzudecken. Oder, um es mit meinen Worten zu sagen, nicht wegzusehen, wenn man am Rand der Klippe steht. Jetzt ist für einige Menschen, jetzt ist es für einige Menschen aber die Schwierigkeit, dass sie am Rande der Klippe nicht wissen, wie es weitergeht. Vor einigen Jahren sagte mir jemand, wozu ist man eigentlich Christ? Ich hatte damals die Frage nicht verstanden, denn ich hörte, warum lebe ich mit diesem Jesus zusammen? Und für mich war es so, dass dieses Zusammenleben mit Jesus der Ausgangspunkt war für ein Leben und dann eben das andere hinzu. Ich wusste zwar nicht immer die Lösung, wenn ich irgendeinen Engpass hatte, ein Problem, aber zur damaligen Zeit musste ich selbst ja auch die Lösung nicht wissen. Ich hatte ja Jesus bei mir. Ich brauchte es nicht mal ihm zu sagen, in Klammern Gebet. Er war ja bei mir, der, der alles weiß. Ich brauchte ihm jetzt auch nicht sagen, dass er bei mir ist, denn er war ja bei mir, der bei mir war. Und ich brauchte ihm nicht sagen, dass mein Herz voller Unrat ist oder dass ich gerne frei wäre, wie er es beschreibt, als die Wahrheit, die frei macht, als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt, als der Christus, mit dem ich jedes göttliche Gesetz erfülle, als der erhöhte Sohn Gottes, der mir seinen Geist schenken möchte, damit mein altes Herz endlich verloren ist und er mir ein neues Herz gibt, einen neuen Geist und dieser Geist mein Leben ist. Also momentan kann ich überhaupt nichts damit anfangen, mir etwas von dieser Freiheit selbst bewusst zu machen oder ich kann nichts damit anfangen, mir selbst zu helfen, zu versuchen, meine Seelenlügen aufzudecken oder loszuwerden. Ich stehe an der Klippe, aber nicht alleine. Und wenn ich gerettet bin in Sicherheit, dann stehen wir beide immer noch an der Klippe und werden es anderen sagen, mit dem freundlichen Werkzeug des Seelsorgers Jesus, aber so eine Andacht möchten wenige hören, weil, nein, das wäre zu sonderbar, zu merkwürdig, oder?